Es ist derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde. Es ist derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde. Private Zusammenkünfte sind auf maximal zehn Personen beschränkt. Das gilt natürlich insbesondere im Hinblick auf Silvester. Clubs und Diskotheken werden bis auf Weiteres geschlossen, um eine Verbreitung des Virus zu erschweren. Auch überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden. Das betrifft insbesondere Fußballspiele. La principale décision est d'arrêter tous les événements et toutes les activités à l'intérieur. Ceci comprends les marchés de Noël, les villages de Noël, les cinémas, les représentations, les congrès. Je parle ici d'activités à l'intérieur. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020